In der Zeitung habe ich von einem italienischen Verbrecher gelesen, Mitglied der Mafia und der katholischen Kirche, den man zum Glück geschnappt hat. Lebenslänglich hat er bekommen. Aus dem Gefängnis heraus hat er sich einen Rechtsanwalt genommen und Gott verklagt. Anklagegrund, nicht einhalten eines Vertrages. Seine Argumentation, er sei getauft worden und gefirmt worden und Gott habe ihm bei diesen Sakramenten versprochen, ihn vor dem Bösen zu bewahren. Das habe Gott aber nicht getan. Deswegen Anklage. Das Lustige, warum so was in die Zeitung kommt. Die italienische Justiz hat die Anklage angenommen und dann niedergeschlagen, wegen Nichtzustellbarkeit an den Angeklagten. Ganz lustige Geschichte mit einem tiefen Ernst. Denn dieser Verbrecher hat gedacht, was viele Menschen denken, dass der Heilige Geist ein Automat ist. Du drückst auf den Knopf und schon kommt das raus, was du willst. Aber so arbeitet der Heilige Geist nicht. Pfingsten kannst du nicht aufs Knöpfchen drücken und dann ist alles so, wie du es gerne hättest. Der Heilige Geist arbeitet nicht wie eine Maschine, eher wie ein E-Bike. Du musst schon selber die Pedale treten, aber dann kannst du ihn zuschalten und dann wird es auf einmal richtig einfach. Im Nachtgebet heute bete ich darum, dass wir so leben, als würde alles von uns abhängen und so dem Heiligen Geist vertrauen, als ob alles er tun könnte. 22 Uhr, DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar 2. 3. 5. 10. 10. 10. 11.